Im Schach hat jeder Spieler zwei Springer, auch Ross, Reiter oder im Englischen Knight genannt. Im Italienischen trägt die Figur den Namen Cavallo, im Französischen Cavalier. Der Springer zählt wie der Läufer zu den Leichtfiguren des Königspaars. Im Wert entspricht der Springer in etwa drei Bauern. Der Springer kann von seinem Ausgangsfeld, zwei Felder geradeaus und dann ein Feld rechts oder links auf sein Zielfeld springen. Dabei kann die Figur sowohl vorwärts, rückwärts als auch seitwärts ziehen. Die Besonderheit liegt darin, dass der Springer sowohl eigene als auch gegnerische Figuren überspringen kann. Obwohl die Laufrichtung des Springers ungewöhnlich ist, hat sich die Figur im Laufe der Zeit kaum verändert. Selbst in der indischen Kathuranga und in der chinesischen Xianki-Shach-Variante gibt es die Figur. In meiner Fimo-Variante ist der Springer ein steigendes Pferd mit einem schwer bewaffneten Ritter. Bei meiner Schachfigur beginne ich zuerst mit dem Sockel. Dafür nehme ich mir meine Mold und etwas Reste Fimo. Zuerst gebe ich etwas Kreide in meine Mold, dann bepinsel ich meine Mold mit der Kreide. Anschließend drücke ich mein Rest der Fimo in die Mold. Mit dem Messer schneide ich nun das überschüssige Fimo ab. Ich entnehme nun den Sockel meiner Mold. Mein Sockel sieht jetzt so aus. Meinen Sockel packe ich nun mit der Fimo-Farbe Rot ein. Mein Fimo Rot rolle ich auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Ich lege meinen Sockel auf mein dick ausgerolltes Fimo Rot und schneide nun einmal rundherum um den Sockel. Mein Fimo Rot rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Den restlichen Sockel packe ich mit meinem dünn ausgerollten Fimo Rot ein. Mein Sockel sieht jetzt so aus. Ich nehme die geriffelte Fläche meines Messers und gehe damit über das Fimo und gebe dem Ganzen eine Struktur. Ich nehme ein spitzes Dotting Tool und gebe meinem Sockel ein Mauermuster. Ich forme mir das Grundgerüst meines Pferdes. Dafür verwende ich ein langes Stück Wickeldraht. Mein Pferdchen sieht jetzt so aus. Als nächstes forme ich die Vorderfüße. Dafür nehme ich ein kurzes Stück Wickeldraht. Das Grundgerüst aus Draht für mein Pferdchen sieht jetzt so aus. Nun packe ich mein Pferdchen mit dünnen Alufolienstreifen ein. Mit Fimo Schokolade packe ich nun mein Pferdchen ein. Meine Fimo Farbe rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Mit der Fimo Farbe Schokolade packe ich nun mein komplettes Pferd ein. Eingepackt mit der Fimo Farbe Schokolade sieht mein Pferd nun so aus. Um die Wangenpartie zu verstärken, setze ich auf dem Pferdekopf hinten einen kleinen Fimo Tropfen auf. Den Tropfen verstreiche ich nun. Mit dem Dotting Tool forme ich nun vorne die Stirn. Ich streiche sie glatt. Mein Pferdchen sieht jetzt so aus. Für die Augen habe ich kleine Löcher eingedrückt. Die Löcher fülle ich jetzt mit kleinen Kugeln. Mein Pferd sieht jetzt so aus. Ich nehme nun einen dünnen Fimo Streifen und setze diesen vorne über die Nüstern. Den Streifen verstreiche ich nun. Mein Pferdchen sieht nun so aus. Als nächstes kommen die Nüstern. Dafür nehme ich mir ein kleines Dotting Tool und pikse vorne in die Nase zwei kleine Löcher. Nun setze ich dem Pferdchen über den Augen die Ohren auf. Mein Fimo Pferd sieht fertig nun so aus. Ich backe mein Pferd 30 Minuten bei 110 Grad. Mein Pferd sieht jetzt so aus. Weiter geht es nun mit der Rüstung. Dafür verwende ich die Fimo Farbe Schwarz. Mein Fimo Schwarz rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Zuerst lege ich die Rüstung für den Hals. Dazu lege ich kleine Fimo Stücke aufeinander. Um die Rüstung am Kopf abzuschließen, habe ich auch vorne über die Augen ein Stück Fimo Schwarz gelegt. Als nächstes lege ich nun die Rüstung. Die lege ich vorne über die Vorderfüße und drücke sie am Pferd an. Auch hinten über die Hinterfüße lege ich ein Stück schwarzes Fimo, ebenfalls als Rüstung. Oben in die Lücke zwischen vorderer und hinterer Rüstung bringe ich den Sattel an. Dazu lege ich ein kleines Stück mittig auf. Anschließend ziehe ich ein dünnes Fimo Band unter dem Bauch des Pferdes hindurch. Dies ist das Sattelgurt. Um den Sattel abzugrenzen, lege ich vorne auf den Sattel ein dünnes Fimo Band auf. Auf die Rückseite lege ich ein dickeres Band. Komplett eingepackt mit Rüstung und Sattel sieht mein Pferd nun so aus. Ich nehme nun einen Pinsel mit Silberpulver und bepinsele meine Rüstung. Den Sattel spare ich aus. Mein Pferdchen sieht jetzt so aus. Nun nehme ich das Goldpulver und bepinsele den Sattel. Anschließend backe ich mein Pferd 30 Minuten bei 110 Gramm. Mein gebackenes Pferd mit Rüstung sieht jetzt so aus. Nun kümmere ich mich um den Reiter. Dafür verwende ich die Fimo Farbe Schwarz. Meine Fimo Farbe Schwarz rolle ich auf Stufe 3 aus. Aus Alufolie forme ich mir einen kleinen Körper. Den packe ich nun mit meinem ausgerollten Fimo ein. Oben bekommt mein kleiner Ritter einen Kopf. Den steche ich mit Draht ein. Und fest. Als nächstes kommen die Arme. Dafür nehme ich eine dünne Fimo-Wurst und setze diese an den Seiten an. Die Handschuhe vorne trenne ich mit einem dünnen Fimo-Band ab. Für die Füße nehme ich eine etwas größere Fimo-Wurst. Unten teile ich die untere Spitze ab. Das wird der Fuß. Anschließend forme ich das Ganze mit Knie zu einem Bein. Dann drücke ich mein Bein unten am Körper an. Meinen kleinen Reiter setze ich nun auf mein Pferd. Mein kleiner Ritter bekommt jetzt sein Schwert. Dafür verwende ich die Fimo Farbe Rot. Zuerst setze ich unten den Griff. Auf den Griff setze ich dann die lange spitze Klinge. Zum Schwert bekommt das Pferd außerdem eine Trense. Dafür lege ich dünne Fimo-Schnüre bis zur Hand. Den überstehenden Rest meiner Zügel schneide ich dann mit dem Messer ab. Mein Pferdchen mit Ritter sieht jetzt so aus. Nun gebe ich den Armen und den Füßen eine Struktur. Dafür nehme ich wieder die geriffelte Fläche meines Messers. Nun setze ich wieder kleine Highlights. Mit dem Goldpulver bestreiche ich die Armstulpen und die Zügel und die Trense. Mit dem Silberpulver bestreiche ich nun die Arme und die Füße. Mein Pferd mit Ritter sieht jetzt so aus. Nun kommt mein Motiv in den Backofen. 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen sieht mein Pferdchen so aus. Nun kommt die Kleidung des Ritters. Dafür verwende ich die Fimo Farbe Schwarz. Mein Fimo Schwarz rolle ich auf Stufe 3 der Pastemaschine aus. Ich nehme mir ein großes Stück meines ausgerollten Fimos und lege dies zum Ritter über den Rücken. Ich packe nun den Ritter mit meinem Fimo Schwarz ein. Nun geht es weiter mit dem Helm. Dafür nehme ich mir ein dünnes Fimo Stück und lege es einmal rundherum um den Helm und packe den ganzen Kopf damit ein. Aus einem dünnen Fimo Band lege ich meinem Reiter nun Steigbügel. Ich führe diese von unten über den Fuß, dann bis zum Sattelgurt. Mein Fimo Band schneide ich dann mit dem Messer ab. Vorne auf die Stirn des Pferdes habe ich ein kleines rotes Emblem gesetzt. Ein weiteres Emblem kommt hinten auf den Rücken des Reiters. Hier setze ich ein großes Kreuz auf. Meinen Helm habe ich nun eingeschritten. Mein Ritter bekommt zwei Löcher für die Augen. Anschließend habe ich dem Ganzen ein Kreuz aufgedrückt. Das Kreuz male ich jetzt mit dem Goldpulver aus. Den restlichen Helm des Ritters bepinsele ich nun mit dem Silberpulver. Mein Pferdchen mit Ritter sieht nun so aus. Jetzt nehme ich mir den Sockel und verbinde die beiden Teile. Dazu drücke ich mein Pferd in den Sockel. Die Figur der Springer sollte dann in etwa so aussehen. Aus dünnen Fimo Bürsten aus Fimo Braun lege ich nun den Schweif. Damit verstärke ich die Figur, damit diese sicher steht. Meine fertige Figur sieht nun so aus. Ich backe sie mit einem kleinen Zahnstocher als Stütze. Meine Figur backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Oh, du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen, dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!